Ich fordere sie auf die Überwachung der Universität und die Überwachung des Sicherheitspersonals, sodass auch an den britischen Hochschulen Ordnung und Sicherheit einkehrt sein wird. Diese Einschränkung des Universitätserwühls war ein Wachverstechen der neuen Regierung. Woher kam das eigentlich? Die konservative Nährdemokratie hat im Wahlkampf das Thema Sicherheit für sich ausgespielt. Und sie hat auch mit der Angst der Wählerinnen und Wähler gespielt. Die Kriegen sollen sich wieder sicher fühlen. Das war eine kontrale Wahlkampfansage und die sind gerade in allen Faschisten zu gesetzt. Mehr Sicherheit auf den Straßen, mehr Sicherheit an den Grenzen, besonders mehr, stärker überwacht werden, um illegale Migration zu verhindern und eben die Sicherheit auch an die Polititäten. Auch sie ist ein Tag in der Politik. Der ehemalige Regierungschef Alekzik, das kritisierte den Beschluss und sagte, die konservative Partei in den letzten Jahren die Universitäten zu privatisieren und auch in Forschung einzuführen.